Alter! Servus Leute! Wir befinden uns gerade wieder wunderschön auf einer Tour. Renni, ist jetzt schon fertig? Nein! Ausdauer lässt grüßen. Wir befinden uns wieder in der Sächsischen Schweiz. Heute mal auf dem Katzstein. Wir fahren jetzt einfach hier so in der Umgebung irgendwo ein bisschen rum. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann da hinten. Ich zoome mal ein bisschen ran in der Nachbearbeitung. Dort ist der Schneeberg. Dort waren wir letzte Woche, müsste das gewesen sein oder vorletzte. Ja, eins von beiden. Wir ballern heute ein paar schöne Trails hier lang in der Hoffnung, dass wir was Lustiges finden. Und wir nehmen euch wie immer mit und schauen einfach mal, was auf uns zukommt. Wir haben das erste steile Stück schon mal gefunden hier von der Aussicht runter und zwar hier runter. Oh, es ist grad bisschen dunkel. So, jetzt sieht man es. Genau, hier schießen wir jetzt als erstes runter. Das seht ihr wieder von der GoPro und dann schauen wir einfach mal, wo es weitergeht. Oh, die waren aber schon hoch, die Stufen. Haha, geil. So, erste Challenge für heute. Hier einmal über die Steine und dann den Weg einmal hier weiter hinter. René, du darfst. Okay, die war doch zu leicht. Easy. 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 Skill Level over 9000. Was wird denn das hier? Los, machen wir weiter. Schönen Tag noch. Hättest du mal Bescheid sagen können, dass es in der Kurve kommt. Du warst zu nah dran bei den Treppen. Ich wollte umsetzen, aber dann wärst du nicht zum Stehen gekommen. Achso. Was brennest du denn? Was brennest du denn? Ja, wenn du hinfliegst, haben wir es jetzt auf der Kamera. Wenn du deine Reifen schon nicht ordnungsgemäß abfährst, mache ich das. Nächstes technisches Stück gefunden. Der René probiert sich mal. Also zur Erklärung, drei Treppenstufen und dann hat man hier unten, was ich immer nie so richtig erkenne, dann eine richtig schöne Stufe. Die ist relativ groß. Das werden das sein, 40 cm Pima daumen und dann irgendwie da durchschlängeln. Wir probieren das jetzt mal. Warte mal, ich hab noch ne Idee. Und ihr seht einfach ein paar Versuche. Und der René hat gerade gesagt, er hat ne Idee. Er droppt einfach komplett von oben runter. Ja. Mann. Hallo Pedale. Das war nichts. Alter. Nein. 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 Oh, nee. Das war zum Glück nur die Pedale. Komm. 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 Steine zählt nicht. Tschüss. Tschüss. Tschüss Leute. Ich bin dann mal weg. Wolltest du Pilze sammeln oder was? Ja. Ich dachte, ich habe einen Steinpilz gesehen. Ah. Mein schönes Trikot. Scheiße. Kein Bock mehr. Also. Ihr habt jetzt wahrscheinlich so viele Versuche gesehen, wir schneiden die euch alle rein. Aber wir haben es heute leider nicht geschafft. Wir kommen irgendwann wieder und probieren das nochmal. Aber irgendwie. Heute geht es einfach nicht. Egal. Weiter geht es. Tudum. Uh geil. Den können wir abziehen. Ja. Na ja. Den schieben wir halt hoch. Wenn ich irgendwie ein bisschen weiter will. Halt. 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 Halt.